heute reden wir mal über eine coole e-mail wo es um bauchgefühl geht verlustangst und so einen absoluten klassiker wenn dein date sagt es war einfach zu schön und deswegen beenden wir das jetzt hier das ist echt eine miese geschichte oder kann sein also wir machen jetzt auch ein bisschen glaskugel lesen mal wieder genau vielleicht sehen wir uns ja bald bin ich in leipzig glaube ich ne so ein vortrag über depression toxische beziehung ist schon sehr gut gefüllt vielleicht sehen wir uns da oder auf der libysche party oder 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 in berlin aber gehen wir erst mal in diese fantastische e mail rein kannst du auch schicken über ein formel auf libysche.de und denkt auch dass die ausbildung bald losgehen wir den neuen frühbucher preis haben heute nur noch bis ende oktober so lieber christian dank für deine wertvolle arbeit nachricht von kasseloletschkola und ich verfolge deinen content seit mehreren jahren und habe die kurse auch gemacht das ist wahrscheinlich mal eine andere mail als diejenigen die du sonst bekommst ich bin früher zwischen minus und plus und her geschwankt je nach partner ich hatte zwar längere beziehungen aber ich hätte mir immer männer ausgesucht die nicht zu viel von mir wollten obwohl ich teilweise mit ihnen zusammen gewohnt habe ja also auch das muss nicht unbedingt immer liebe schiff geschichte sein kann auch polaritätsgeschichte sein frauen mögen das nicht wenn also die meisten frauen mögen es nicht wenn wir nach zu sehr wollen das ist eine der vielen ambivalenzen die man so verstehen muss ich habe es dann auch immer aus dem gleichen grund nach etwa zwei bis drei jahren verlassen weil es mir zu wenig war okay dann war es wohl zu wenig das musste habe ich erst viel später verstanden ich würde sagen dass ich mich in den letzten jahren irgendwo in der mitte eingependelt habe was mir doch zweimal passiert ist ist dass ich einen mann kennengelernte ich alles fließen ließ und die beiden personen dann auch ziemlich schnell eine beziehung mit mir wollten brauche ich die dann nach etwa sechs bis acht wochen eingegangen bin bei beiden kam es danach zum bruch ja also was wir jetzt hier so sehen was jetzt auch nicht wer weiß wie ungewöhnlich ist sehen wir jetzt ein muster von so zwei bis drei jahres beziehungen muss man sich immer wieder sagen wenn man keine kinder hat sagt die statistik so weltweit kulturübergreifend dauern beziehungen im schnitt vier jahre das dürfen wir nicht vergessen bevor wir jetzt so warum sind die beziehungen so kurz manchmal ist es einfach so wenn man jetzt auch viele bleiben ja auch lange zusammen weil sie zusammengeschweißt werden durch durch kinder haus und was weiß ich und aber klar kann man es auch kann immer gucken was habe ich für ein muster muss ich da was ändern kann ich das ändern warum geht es machst du ja auch warum geht es nach der zeit auseinander aber gut ist wie es ist beim ersten mann waren auf einmal die gefühle weg nachdem er mich zuvor gefragt hatte ob ich mit ihm zusammen wohnen möchte und nicht geantwortet hatte dass es noch zu früh sei und wir mal in ein paar monaten schauen könnten wie es läuft gut da war sie jetzt nicht waren bei dir die gefühle weg oder bei ihm ich vermute mal bei ihm wie kommen wir noch mal darauf zurück wenn wir jetzt die zweite sache angucken da wird es vielleicht ein bisschen klarer was aber die bei dir so passiert bei der zweiten person hat es mich eiskalt erwischt bei ihm hatte ich ein sehr gutes gefühl ja mit dem gefühl ist immer so eine sache man muss das ist was ich immer wieder sage dass wenn man so sein beuteschema ändern will ich sage wenn du neu hier bist schau mal meine kurse rein kann kann man einfach anfangen von 0 1 2 3 1 bis 5 ist immer ein guter einfach die nacheinander durcharbeiten aber wenn du diese wenn du was ändern willst musst du oder ich sage es mal andersrum darfst du eigentlich nicht so sehr nach deinem gefühl daten es sei denn du bist schon relativ weit in der liebe schiff arbeit das dauert aber länger als die allermeisten denken so nach ein paar jahren liebe schiff arbeit ja kann man schon mal wieder ist das bauchgefühl unter umständen besser oder dieses gute gefühl passt mehr mit einer gesunden beziehung zusammen da kann man schon sehr weit kommen so darf man aber davor ich weiß jetzt auch nicht genau wo du stehst ist auch egal jetzt aber davor ist dass das ist so tricky mit dem ach ich habe ein gutes gefühl ja aber was heißt das heißt dass es wirklich gutes oder heißt dass er liegt doch noch irgendwo auf meinem womöglich alten beuteschema und das suche ich halt unbewusst jetzt wieder also wir suchen ja immer vielleicht muss ich auch immer mal wieder sagen für die neue sind man sucht ja dann immer das wieder was man vorher hatte also wenn du chaos in der kindheit hattest suchst du unbewusst wieder wiederholungszwang chaos auch im erwachsenen alter auch wenn man eigentlich denkt ich will das aber doch nicht aber man sucht halt immer wieder weil das gehren so daran gewöhnt ist und alles andere was das gehren nicht kennt fühlt sich total ungewohnt an jetzt muss man auch sagen wir reden hier ich würde nie irgendwo was sagen heißt man braucht ja auch müssen um partner kennenzulernen wenn das nach nach zwei monaten auseinander geht hat man immer noch nicht viel zeit verloren hat einen hohen lernwert sehr wahrscheinlich da ist man schon mal also wenn man die sachen nicht mehr zehn zwanzig jahre laufen lässt ist schon mal ganz gut aber gut ja kommen wir zurück dazu also sehr gutes gefühl wir hatten eine gute verbindung super gespräche guten sex es hat alles gepasst was ich doch von anfang an gespürt habe was ja ungewöhnlich für mich ist dass ich verlustangst bekommen hatte ich aber weggeschoben habe das finde ich jetzt einen ganz entscheidenden punkt was ich auch meinem verlustangst kurs da übrigens gerade 20 prozent reduziert das war wir gerade so eine kurzvideo aktion machen über den verlustangst kurs braucht ja auch keinen code einfach drauf gehen vielleicht verlinke ich verlinke hier unten drunter noch mal wenn du verlustangst spürst die meisten denken ich habe jetzt hier man mir hat mich zu spät aus dem kindergarten abgeholt mein inneres kind blablabla ja ich muss jetzt innere kind arbeit machen da 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 ja ist auch vielleicht nicht ganz falsch kann man alles machen oder es wird auch richtig aber das hängt verlustangst kannst du eigentlich nur haben mit dem partner der auch nicht sicher ist so das kann man natürlich sagen wenn man jemanden nicht kennt und frisch verlebt ist hat man immer ist eine verlustangst ist auch so aber du brichst es ja ein ungewöhnliches menge an verlustangst so das heißt dein system nimmt wahr dass es nicht safe ist weil habt ihr schon mal erlebt dass ihr oder das gibt schon auch aber sehr selten dass du verlustangst hast bei jemand der ganz sicher ist nee hast du beim hast du bei deinem hund verlustangst ich glaube nicht so ne der ist total stabil so ne und auch doch menschen die total stabil sind da gibt es dann die auch probleme kannst andere probleme geben oder du hast typischerweise keine verlustangst das ist eben auch deswegen plädiere ich immer so ein bisschen dazu natürlich kannst du diese große runde drehen mit ja ich schreibe jetzt briefe einmal ein inneres kind oder was du kannst aber auch einfach sagen wow krass warum habe ich verlustangst was ist hier los was stimmt vielleicht mit meinem partner nicht vielleicht spürt man auch nur dass da irgendwas dass da irgendwie nicht safe ist dass da irgendwas im hintergrund ist man kennt sich ja nicht also so würde ich verlustangst in der frühen dating situationen sehen gar nicht so sehr auf mich gucken sondern wow was haben wir hier für eine dynamik gar nicht weil mit einem bindungssicheren menschen klar ein bisschen verlustang sagt ist immer normal wenn man sich kennenlernt aber schon ungewöhnlich ne meine meinung so wir waren etwa zwei hände zusammen also wieder die ihr kennt ja schon die zeiträume wir steuern auf die berühmten 100 tage zu sagt mir dazu auch in meiner dating oder in der power in der past ist nicht in der dating ausbildung das ist viel drin die kommt ja neu dieses jahr so also zwei zusammen er hatte mich während wochen nach nach turkmenistan eingeladen wir hatten drei wunderschöne tage mit viel intimität und spaß verbracht nachdem wir zurückgekommen sind fühlte es sich so an als hätte mir jemand ein stück herz herausgeschnitten ja und das ist nicht sag mal so muss jetzt mal das wort ist nicht normal also erst mal zeigt dass das fantasie was wir eigentlich vielleicht war auch ein bisschen zu früh ich weiß es nicht aber fantasie modus wieder voll an irgendwie ja sonst weil du bist jetzt an dem punkt bist jetzt auch nicht mehr geerdet so würde ich sagen also und irgendwas stimmt da nicht also denn dein system wir haben ja so einen sechsten sinn nimmt irgendwas auf und natürlich kann da jetzt nicht gleich darauf reagieren wenn man keine fakten hat so eine aber stimmt aber wenn du krasse verlustangst hast da spielt jemand irgendwie hot in cold sonst wird es meiner ansicht nach aber nicht passieren es sei denn wie gesagt bei mir hatte ich immer so spät aus dem kindergarten abgeholt du hast ein ganzes leben immer nur verlustangst gehabt aber so wie das hier geschrieben steht muss es was mit einer beziehung zu tun haben so ich meditierte viel in dieser zeit und es ging mir wieder besser also meditieren absolut fucking großartig wollte da nur auch noch mal sagen du kannst toxische beziehung nicht weg meditieren also wenn euch jemand sagt meditier doch mal ein bisschen schreibt doch mal einen brief an dein inneres kind weiß ich nicht was weiß ich arbeite an dir du kannst eine toxische beziehung ist so ein eine atombombe auf die psyche das kannst du nicht weg meditieren weg bearbeiten weil die weil das in der ganzen natur dieser beziehung sozusagen eine wunde viel schneller aufreißt als ich jemals wieder zusammenwachsen kann so das ist als wenn was ich nicht mensch von piranhas zerfetzt wird und du sagst ja kommen da fliegen wir ein pflaster drauf das war alles gut nee da schon wieder woanders ja so ist also von daher super sache auch jetzt zur selbstregulierung und hat ja auch funktioniert nur wie gesagt wenn etwas nicht stimmt das lässt sich nicht weg meditieren ohne also lasst euch das nicht einreden von irgendwelchen spieris oder so ja auch auch wenn es toxisch ist es muss nur genug wenn irgendwelchen schrauben rumdrehen wissen jetzt noch nicht ob das jetzt hier toxisch ist aber wenn es toxisch ist die beziehung ist doomed die ist verloren egal was ihr macht wie gesagt das wird jetzt soweit für das ja alles zu erklären ist auch in meinen kursen sondern aber ja gut ein paar tage später jedoch hat der zweite mann gesagt dass er mich jetzt setzt passt nur auf dieser satz ich kann das jetzt nicht belegen was ich gleich sagen werde aber was ich weiß nicht dass ihr das anders schreibt gerne kommentare also achten auf den satz er sagte dass er mich so sehr vermisst hat nach dem gemeinsamen wochenende und er völlig neben der spur war er könne sich nun keine zukunft mehr möchte mir vorstellen also ich weiß nicht ob ich das nur so komisch finde aber leute wenn jemand in euch total verknallt ist der beendet nicht die beziehung also auch wenn er das gefühl hat selbst wenn er das gefühl hat oh scheiße ich bin ein zuverliebt bevor nicht irgendwie die raker auftauchen wendet kein mensch die beziehung nur nur weil man zu sehr verliebt ist das könnte es keine also sorry das kann ich erzählen so auch weil wir 15 juden voneinander entfernt wurden leute guckt euch prinz harry an der ist nach fucking kalifornien gezogen zu megan markle weil er so verknallt war hat er gesagt ich kann das nicht das ist das ist ja zehn stunden weit weg von england niemand macht es einfach man wechselt die religion wechselt das geschlecht weiß ich nicht heute alles wechselt um mit diesen menschen zusammen zu sein und natürlich wenn du bewusst bist und vielleicht auch ein bisschen ausgebildet ist vielleicht auch liebeschiffkurse gemacht hast stellst du vielleicht fest das ist nicht gut ich bin zu verliebt aber du verlässt die beziehung trotzdem immer erst wenn auch wirklich scheiße passiert ist du verlässt sie nicht einfach nur weil du verknallt ist also entweder es gibt da zwei möglichkeiten entweder da ist irgendwas im hintergrund hast du schon wahrgenommen was typischerweise immer die ex oder sowas oder diese person ist so das gibt es auch es gibt leute sind so instabil psychisch so instabil will ich mir jetzt aber nicht unterstellen ich wollte es nur einfach mal auch aufgezählt haben weiß ich nicht habe jetzt keine anhaltspunkte aber machen wir ja auch nicht aber ich wollte es nur sagen es kann auch sein dass jemand psychisch so instabil ist dass seine verliebtheit nicht aushalten kann weil es gibt menschen mit bestimmten strukturen sag ich mal dass die verliebtheit dann so intensiv als was über die jetzt auch dass sie das gefühl haben ich kann das einfach nicht händeln aber selbst die würde ich sagen würden sich nicht einfach trennen dann so ne also und männer würde ich jetzt mal sagen schon mal gar nicht also dass ein mann sagt ich ich trenne mich jetzt von dir weil ich dich zu gut finde sorry das ist für mich so ein satz wo du irgendwas aufgetischt kriegst weil weil du die wahrheit nicht haben sollst weil das ist vielleicht auch gut gemeint dass man vielleicht niemand verletzen will und aber irgendwas ist da faul ging also dass also mein bullshit indikator sagt da ist irgendwas so und er einen stressigen job hätte ja aber warum das war wusste doch vorher auch schon so ne also da lässt man es doch gleich und sagt nicht ich finde ich jetzt so gut finde ich so gut dass ich nicht 50 minuten zu dir fahren würde so und dass ich nicht sozusagen und ich finde ich so gut dass ich mir nicht vorstellen kann eine beziehung zu dir wäre ein schönes gegengewicht zu einem stressigen job sorry dass das ist das könnte in die ewige sprüche liste aufgenommen werden hier also ich hatte einen übeln liebeskummer auch weil ich nur kontakt nicht eingehalten habe ja warum hast du nicht eingehalten also natürlich sollte man ihn einhalten warum hat er nur kontakt nicht eingehalten frage ich mich da also wollte er dich in sein schwarzes notizbuch überführen und vielleicht wie gesagt vielleicht ich will ihm jetzt nichts zu unterstellen und vielleicht hat er so ein dating muster vielleicht ist er sehr charmant und ja aber wie sowieso viele gewisse menschen sage ich mal extrem bindungsängstlich das ist so das was er so macht und nimmt sie auch noch mal mit und müssen love bombing und dann ist aber nach 100 tagen vorbei und dann kommt die nächste oder es gesagt wird überführt ins schwarze notizbuch ab und zu mal wieder rausgegraben ja kannst kannst vielleicht nur du bist vielleicht weiß es auch keiner aber nicht gut so aber auch bei dir das sollte sich nicht so aber wie gesagt ich glaube du fühlst dass da irgendwas faul ist weil das triggert ja scheinbar deinen schmerzkörper an alte womöglich alte wunden dass du das gefühl als wird dir das herz rausgerissen all solche emotionen gehören in groschen romane und und hier die dornenvögel oder irgendwie sowas gehört nicht in eine stabile beziehung wie sie wie wir sie hier promoten absoluten ich nehme ich will komme ab und zu des von männern ich bin attraktiv und lerne auf männer beim partnern scannen was ich nun aber gemerkt habe ist dass ich viel strenger geworden bin um mich diese beiden erlebnisse vor allem das zweite so sehr in die selbstliebe gedrückt haben dass es mir egal ist was andere menschen von mir wollen es ist wichtig dass ich mich dass es für mich gut anfühlt und ich mache was für mich stimmt trotzdem könntest du noch mal wieder blick drauf werfen was sind denn weil bei dem ersten mal weil das ja auch schon date ist so womöglich flirrige charmante vielleicht so ein bisschen egozentrische vielleicht auch ein bisschen manipulierende ich will jetzt niemandem irgendwas unterstellen dann versteht mir das hier nicht falsch aber lovebombende männer gibt es da vielleicht eine übereinstimmung wo du sagen kannst okay ich kann also natürlich mehr selbstliebe ist genau das richtige aber kann auch noch mehr gucken dass ich nicht immer den gleichen typen date so also noch mehr versuchen außerhalb des beuteschemas zu daten weil das das wirkt schon so ein bisschen aber ich weiß es nicht was du sonst für menschen gedatet hast weil das erlebt ja nicht jeder das ist so deine geschichte die du immer wieder erlebst und wie gesagt jetzt kann man jetzt wieder sagen patriarchaten alle männer sind scheiße alle männer sind böse oder nee war das ist das ist auch eine die sind die wahlen die wir treffen wir wählen ja will natürlich anhand von parametern die schwer die war immer so eine emotionale wahl aber ich denke es wird millionen männer geben die würde ich nicht abschließen nach sechs bis acht wochen so ne so aber strenger geworden ist ja genau was wir immer sagen hier ne es ist wichtig dass es für mich gut anfühlt wie gesagt auch einen kopf anschalten das nicht nur obwohl wenn du jetzt sagst gut anfühlt im sinne es sollte sich nicht verlustsangstig anfühlen alles gut aber wie gesagt vorsicht mit müssen nicht nur aufs gefühl und auf den kopf wollen auch den kopf mitnehmen und ich mache was für mich stimmt ich meine das nicht auf eine egoistische art sondern wirklich eine selbstliebe ja absolut ich kann besser nein sagen mich besser abgrenzen das sind alles diese typischen seit meinen kursen wir haben auch gerade die selbstliebe challenge die kannst du auch noch einsteigen da werden diese ganzen sachen auch noch mal adressiert oder auch im modul 1 bei mir dass auch so ein paar drin die die vier anteile von selbstliebe dazu gehört zum beispiel hier coabhängigkeit abbauen und so weiter so ich genieße mein leben mit einem guten stabilen freundeskreis das ist gold wert meinen beiden katzen haustiere haustiere sind einfach insane also für mich sind die so katzen und sind echt spirituelle wesen viel näher an der an der urseele sage ich mal oder wie man sagen soll es ist auch egal wir haben glaube ich wie ich gehe da ganz mit ecker toll dass wir glaube ich tier und menschen unterschiedliche aufgaben haben hier so aber wenn man hoch schwingende energie genießen will erstmal beim haustier glaube ich richtig anspannenden erfüllenden job ein paar richtig coolen hobbys was ich da draußen sagen möchte ich habe zwar noch keinen partner gefunden aber spielt auch keine so große rolle in meinem leben sollte es auch nicht es sollte es wirklich besser wenn es immer so ein add-on ist wie wichtig ist es sich selbst zufrieden zu stellen ja also wenn man sich selbst nicht glücklich machen kann kann das ein partner auch nicht auf die dauerne aber dadurch so viel unabhängiger wird deine arbeit christian hat mich sehr dabei unterstützt auch die bücher von chevy stahl und mental training es ist möglich aus alten mustern auszubrechen und sich zu arbeiten es geht nicht von heute auf morgen aber die arbeit lohnt sich total ja man muss auch nicht immer alles verstehen was in der psyche vorgeht man kann einfach so schritt für schritt ich habe ja mein großes ding da werde ich auch glaube ich mein nächstes buch drüber schreiben ist ja dieser sich selber so eine werteorientierung zu geben weil wenn du weißt wo du hin willst so ne und welche werte du leben willst da musst du gar nicht alles verstehen was in dir vorgeht sondern du sagst hey ich lege jetzt einfach für mich so bestimmte verhaltensmaßregeln fest und das gehirn folgt eigentlich immer weil das gehirn beobachtet und beobachtet uns die ganze zeit und liefert das ab so wo du die intentionen hingibst so ne wenn du jetzt sagst ich bin streng selbstbewusst cool nicht mehr verlustängstlich für mich sicher und verhalte mich auch entsprechend dann beobachtet sich sein gehirn und sagt sich ja cool dann liefert jetzt auch die entsprechenden gedanken glaubenssätze und gefühle dazu aus so ne so sieht man das ja heutzutage und das ist oft der kürzere weg übers verhalten als nicht dass das andere jetzt falsch wäre aber als so ein muss jetzt alles in mir verstehen und und ja da muss es aber immer noch umsetzen so es geht nicht von heute auf morgen weil die arbeit lohnt sich total wenn man selbst keine grenzen setzen kann werden sie andere menschen nie respektieren also das sieht man überall in der welt auf gruppenebene auf partnerschaftsebene in familien und auch auf staaten ebene wenn du keine grenzen setzen kannst wenn diese grenzen nicht beachtet es ist überall das gleiche ja weil sich selbst nicht genug lieb wird man auch die liebe von seiner umwelt nicht erhalten ja das ist ja die kernaussage auch in meinem modul 1 absolut hast du schon mal gemacht behandle dich selber wie ein könig wenn das andere tendenziell auch tun und das ist nicht so leicht wie man denkt so wenn man sich selber nicht genug liebt wenn man auch ich möchte alle wirklich ermutigen auch ihr blöde wenn ihr blöde datingsituation lebt und resigniert hat lasst eure leben mich davon dominieren sondern lege den fokus auf die vielen anderen schönen sachen die es im leben gibt naja und ist ja auch jetzt nichts schlimmes passiert du hast ein bisschen liebeskummer oder was aber wie gesagt das ist so ein bisschen alles ein bisschen zu dopamin lastig sage ich mal so ne ich habe so viel zeit verschwenden darüber nachzudenken wieso ich nicht geliebt werde wieso jemand mich nicht anruft und sich so und so verhält ja was man bei dir auch sieht du sagst ja selber du bist attraktiv und alles dass das das sind wirklich diese muster die man nach außen projiziert und von außen kommen sie wieder zurück das hat ja deswegen du kannst durchaus in dieser welt du kannst alt sein du kannst durchschnittlich aussehen oder auch unterdurchschnittlich kannst du dick sein und trotzdem mega dating leben haben weil weil deine glaubenssätze einfach stimmen so ne ist eh viel wichtiger so ne mittlerweile ist für mich einfach nicht mehr so relevant das ist sowieso also in dem moment wo man es nicht mal relevant ist jetzt komischerweise häufig besser weil es mir viel wichtiger ist wie ich mich fühle und das ist mir gut gehe viele grüße und danke für alles ja danke für die schöne mail macht die folgenden kurse hoffe wir sehen uns mal live und ja schaut doch mal gerne mein aktuelles buch von der webseite auf amazon und bis bald schon